Für Sie hier ging der Erfolgslauf 2021 weiter. Matthias, schön, dass du da bist. Lass mich dein Jahr ganz kurz zusammenfassen. Mit 130 Millionen Streams nach 2019 und 2020, auch 2021 die meistgehörte Künstlerin aus Österreich. Dann auch noch unter den 30 unter 30 der Forbes. Was war das für ein Jahr? Ein sehr schönes Jahr. Ich hatte ein sehr musikalisches Jahr und das ist sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. In der Tat mehr als Worte. Dann war zum Beispiel auch noch eine Single mit Mark Forster mit dabei. Wie funktioniert sowas? Ruft dich der an? Wie kommt das zustande? Tatsächlich, ja. So unspannend war es. Ich kenne den Mark seit drei Jahren. Als Chaos rausgekommen ist, sind meine DMs geslidet auf Instagram. Und seitdem sind wir immer wieder mal in Kontakt gewesen. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt dieses Jahr soweit war und unser erster gemeinsamer Song rauskam. Was war dein persönliches Highlight? Boah, das wurde ich heute schon mal gefragt. Ich glaube auf jeden Fall die Features. Auf jeden Fall das Mark Forster Feature und das Riscluso Feature. Ja, das waren meine Highlights. Da kommt einiges zusammen. Wir haben auch noch was Kleines vorbereitet. Da gibt es einen Herrn, der hat da noch eine kleine Überraschung. René, bitte. Wir haben vorhin schon ganz kurz geplaudert. Wir beide kommen ja nicht nur aus Salzburg, sondern wir sind auch auf derselben Schule gewesen. Das musisch-kreative Borgbad Hofgastein. Wir haben da ein bisschen unsere Connections spielen lassen. Schauen wir mal, ob ihr was mitgebracht habt. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin genau zehn Jahre her. 2011 war die Matthäa bei uns zum ersten Mal in der Schule am Borgastein zum Schnuppern. Sie konnte sich total schwer entscheiden zwischen Vokal, Gesangsunterricht oder Tanz. Die Matthäa war immer schon ein Gesangstalent. Das ist aber nichts Neues. Was herausragend war bei ihr, war immer schon ihr Ehrgeiz. Sie hat jetzt immer extrem hineingesteigert in die Sachen, die sie durchgeführt hat. Und hat viel Zeit und Mühe investiert in ihr Outfit. Auf der Bühne hat sie immer wirklich gut präsentiert. Ja, die Matthäa eher als schüchterne und ruhige Schülerinnen in Erinnerung. Auf der Bühne ist sie dann allerdings immer explodiert. Und dann bleiben wir hier, da wo wir sind, ist Paris. Baby, ha, du fühlst dich so gut an, alles wonach ich gesucht hab. Baby, ha, mit dir ist perfekt hier. Glaub ich, bin nie wieder weg. La, 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 la. Wow. Über das Schüchtern müssen wir, glaube ich, noch mal reden, aber die Freude ist groß. Ja, ich bin sprachlos, kann das nicht glauben, was hier gerade passiert. Das ist sehr treffend. Vielen Dank für die Überraschung, dass du da die sehr, sehr schön war. Das erinnert mich an eine sehr unbeschwerte und sehr schöne Zeit in meinem Leben. Du hast auf jeden Fall ganz viele Fans. Oh, das freut mich. Shoutout zu meinen Borg-People. Mein Herz ist immer noch da, aber ja, schön. Wir würden uns jetzt trotzdem über das Original freuen. Paris von Mathea. Jetzt traue ich mich gar nicht einmal. Jetzt bin ich total nervös. Jetzt bin ich total schaust. Schau mal, bis es jetzt total. Ja, okay, die schüchterne Seite. Ja, okay, passt. Okay. Okay. Hier ist Mathea mit Paris. Heute mal nicht aufstehen, einfach in einem Abend liegen. Wir sind beide gerade gekommen. Brauchst du nicht mal Sonnenlicht? Weiß, wenn du mich ansiehst. Gib mir ein bisschen mehr davon. Kann das nicht glauben, was hier gerade passiert. Hatte das vorher noch nie. Sag alles ab und dann bleiben wir hier. Da, wo wir sind, ist Paris. Baby. Du wirst dich so gut an alles, wonach ich gesucht hab. Baby. Mit dir ist perfekt hier. Glaub ich, bin nie wieder weg. La, 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 la. Baby, mit dir ist immer Paris. La, 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 la. Baby, mit dir ist immer Paris. Kein Plan, wie spät es ist. Küssen, aber reden nicht. Können zu ewig weitergehen. Weißt du, wie verrückt es wär? Schwimmen uns am Kissenmeer. So wie Boote auf der Send. Kann das nicht glauben, was hier gerade passiert. Hatte das vorher noch nie. Sag alles ab und dann bleiben wir hier. Da, wo wir sind, ist Paris. Baby. Du wirst dich so gut an alles, wonach ich's gesucht hab. Baby. Mit dir ist perfekt hier. Glaub ich, bin nie wieder weg. La, 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 la. Baby, mit dir ist immer Paris. La, 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 la. Baby, mit dir ist immer Paris. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Heute mal nicht aufstehen. Einfach in einem Arm liegen. Gebe ein bisschen mehr davon. Ja, das war Mathea mit Paris. Und damit sind wir auch schon durch mit 2021 live. Der PULS 4 Jahres Rückblick Show. Tausend Dank, Mathea, für diesen mehr als würdigen Abschluss. Nicht nur danke an dich, auch danke schön an unsere Gäste noch auf der Couch. Kathi Frühling, Gerda Rotschers, außerdem an alle, die heute sonst zu Gast gewesen sind. Und auch danke an Sie zu Hause, dass Sie mit dabei waren. Ja, was bleibt uns noch zu sagen. Und hoffen wir auf ein bisschen sanftmütigeres, besseres, ruhigeres 2022. Vor allem auch mit weniger Schlangen im Klo. Gute Nacht und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut.